ja gemacht habe ich nur in monstern habe ich das jetzt aber auch schon hinbekommen also das ist es einfach damit habe ich ja auch angefangen man fängt klein an arbeitet sich ja ich dachte das heißt ernsthaft ich war halt so naiv ich war halt einfach so naiv dann dann war es vorbei also dann geht auch an einer geistigen gesundheit geplant kann ja mal sein dass du jetzt bin ich dann das ist aber immer so wenn man live ist dann ist vorbei ja ich weiß ich bin ihm auch sehr dankbar und so ja genau verliert das ding machen ist aber auch gut jetzt man war sagt das schon cool das monster ja weil er sagt es wirklich bräuchte ich müsste man noch mal games kommen oder so bräuchte noch so eine kleine figur ich meine teostra, Lunastra, Shaladaura und ne gigante achso ne gigante okay da habe ich ja die figur die kleine aus japan was ist das aus japan oder ist das von der gamescom ne in japan habe ich doch so ein 6er dinge gekauft gehabt stimmt da haben wir das volle komplette set gekauft ja das komplette set in akihabara ne ich habe einen mehr dafür dass er diesen kristallenden spezialdude hat kristallenden spezialdude? ich meinst du Xenogero oder was? ne ne da hast du noch einmal Lunastra in kristallfarben bekommen okay ich kann nicht mehr daran erinnern holy shit na gut ist auch jetzt schon keine ahnung 4 Jahre her ja ja war 2019 ne Mensch ne 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 stopp endlich Mensch zweifelt gleich an mir ey wie lange so ein High Rank Cold jáku dauern kann ja liebevoll natürlich noch hier natürlich ganz liebevoll oder so hier der wenn sie doch einfach fach aha god die nimmig ja hallo hallo fachot danke hei 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 also im game also in der mission habe ich noch die aufgabe töte den walhasak dann war das nur eben ein ganz klein wenig buggy jaaa du bist jetzt quasi walhasak am machen oder bist du ja der ist bestimmt schon half life oder halt ich half life kann auch mal einfach sein such das aus easy kann ich einfach schon mal anfangen wie gesagt ja 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 ich bin jetzt fertig ich komme jetzt dazu tip top ja ich habe übrigens mal am wochenende geschaut gehabt ob ich so so okay war und einmal ach so du willst du hast noch gar nicht gestartet du bist doch auf einer ach okay auf einer quest okay ja okay ja ich muss noch was futtern gar stress ich bin gleich schon tot ja ja save 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 so projekte verwalten ja ich muss auf jeden fall gucken ein bisschen farmen muss auch noch drin sein das habe ich jetzt in letzter zeit viel gemacht weil dieses ähm ich brauche dieses näher mittel oder was das zeugter ist für hier mega dämonen mittel und so ein schritt ja der grund warum du du ach so du hast das einmal mitgenommen was also ja geht ja nur einmal ne es ist freigeschaltet ist hier ist der pilz hier ist doch mal ein pilz jetzt an seinem üblichen ort oder ja äh ja der ist grad da weg gehumpelt oder halt ganz normal gelaufen ich stell mir einfach vor er ist gehumpelt äh let's gooo ja was macht er wieder was he doing er saugt also er war ich Unser Power-Tamer tut auch direkt zu Porten. Ob wir rumpeln? Ja, ein schönes Rumpeln. Ich glaub, hier faked er halt immer nur so ein bisschen an, ne? Ja. Damage. Sag der wieder, oder was? Er hat nur kurz einmal geschwiegen. Du müsstest ein bisschen extra Damage am Kopf machen. Ja, mach ich. Und dann... Oh, hier so ein bisschen leerenmäßig. Wieso? Okay, meine Katze hast du nicht. Deine Katze hast du nicht. Wieso? Ich hab da jetzt 20 mal zugegriffen, dass ich mir so... ...dass ich mir so... ...dass ich die Station bauen soll. Ich mach das einfach zweimal. Warte, lass den Trance auch schon abgeholt. Und? Ja, der lebt in seinem Friedensgebiet. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bleibe sofort. Ne, ich muss... Habe ich... Hä? Ich hab dich nicht getroffen? Ich hab nicht einmal getroffen. Millimeter mir vorbei. Och, ich spruch. What the hell? Oh, hey, meine Katze hat eine Explosion geplaced. Danke. Ne, das war meine. Hab ich jetzt... ...Hoffnung in meine Katze gesetzt. Lad auf, lad auf, dass sie ihn in die Wand nimmt. Äh, okay. Okay. Ich kann nicht, weil er sich gerade... ...kauß da. Aaaaah! Äh... Ding ist... Ich hab seinen Bebuff. Egal. Ich drehe mich trotzdem einmal in ihn rein. Will wäre... Ein bisschen was zu schlüpfen. Oh, shit. Na? Also die Leute haben sowieso einmal geschlossen. Diese. Noi... Weil ich meinen was ein Rezept schreibe. Ich hab' einen Lähnchen Da spending tycker nicht hindern. Der Angriff ist eigentlich sowieso mal nice. Der Angriff ist eigentlich einmal nice. Ja nicht, dass man und auf sein мест... ... schaut, wenn man die whatsapp bekommen hat. Aber hey, beide Katzengegner, alle Gäste so händen. Heere. Feis. Meine Katze ist nicht vergiftet. Uh, das war gerade gut, der Mensch. Er ist auch wieder. Er denkt, er kriegt so ein bisschen Leben zurück. Haha. Little did he know. Fuck. Uh, 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 did he know. Ich hab keine Wohlbeeren mehr. Ich glaub, in dem Gebiet davor liegen sogar noch welche. Ja, braucht man nicht. Oder einfach, wenn man sich trifft was. Jung, gay. Ah, der ist doch gleich, hat der, gleich hat der, und sagt er sich allen Lebens. Hat er zwar schon, aber vielleicht noch mehr. Ich glaub, die Schwachzeile in seinem Kopf ist es gar nicht mehr, ne? Das ist ja ein Schwanz gemacht. Der kann, glaub ich, mehrere haben. Ach so. Oh, okay. Gut, ne? Ähm, offentlich haben wir nichts dagegen, dass wir das Werk erleben haben. Denk dran, auch in das Gebiet. In das andere Gebiet zu gehen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Da liegt auch noch was Süßes rum. Hm. So, ich kann ja noch einmal rausschneiden. Oh, mal gucken, wie ich da noch hinbekomme. Das wird auf jeden Fall knappi. Oh, ne, nicht, wenn die sowas machen. Oh, der liegt ja gar nicht. Ah, ich glaub, weil ich dazugekommen bin, ne? Entweder das oder die spawnen. Ich weiß es nicht genau. Okay. Macht nix. Macht nix. Macht nix. Macht nix. So sieht's aus. Eine große Belobigung bekommen. Ja, gut. Ist auch wirklich sehr rar ausgefallen, weil ich halt erst so spät dabei war. Ja, viel mehr habe ich jetzt auch nicht. Zwei, drei Sachen vielleicht. Ehrlich? What? Ich glaub, ich hatte gerade eben mehr. Eile Zerstörer. Drei Stück. Nice. Locker. Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über die Wildturm-Ödnis. Lass uns der ökologischen Forschungsberater. Oh, ja. Genug Daten über die Wildturm-Ödnis. In einem Stück. Jawohl. Wir machen Theostra. Wechsel Waffe. Guck dir mal da noch Dings an. Dämonio-Rüstung. Äh, ja. Guck ich... Guck ich gleich. Objekt von Frau Walton. Kann man doch das Set verwenden hier. So. Rede mit dem Meister der Jagd. Dahinten! Da ist er. Meister der Jagd. Was? Es ist Zeit. Der Boy, wo wir festgestellt haben, er ist jetzt in Lachen. Ja. Je mehr er redet. Ja. Er hat schon wieder geredet. Es ist halt... Es ist halt einfach sein Los, ne? Okay. Kann man nix dagegen machen. Es ist halt einfach sein Los. So. Du... Einmal die... Quest bekannt machen. Freigeschaltet hast du die aber schon, oder? Also Theostra. Ich muss noch das Video gucken. Ah, okay. Äh, braucht man nicht. Dann muss ich kein Video gucken. Ja. Weil ich hab nämlich grad für... Ich kann's für zwei Spiele einstellen. Normalerweise ist ja dann immer nur gecapt auf 1. Kommt drauf an. Gruppenmitglieder 1 von 1. What the? Hm. Okay. Das meine ich ja. Aber danach ist die Mission für... Zwei. Ja, ja. Also da brauche ich ja jetzt nichts zuerst, wenn ich... Äh... Einmal Rüstung. Ich guck. Let's go. Gucken wir mal. Wie sieht die Demonio Rüstung aus? Oh, wird das Gestank Rüstung. Die auch nochmal eingucken. Ach, die sieht halt... Die sieht halt wirklich echt geil aus. Die Todesgestank, ja. Ja. Kräftigen gibt die über den Drachen Angriff. Ähm... Und Walhasak gibt's auch nochmal. Ach, scheiße. Ich hab Walhasak. Holy shit. Die sieht ja richtig geil aus. Walhasak war cool. Die Todesgestank. Ich mag die Schulter nicht. Walhasak hat natürlich auch lange, lange, lange Zeit als... Ähm... Wegerüstung an. Ah. Okay. Ähm... Dämonio. Obo. Äh... Jo. 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 weil sie mal die nicht anziehen mag, ja... Jo. Ja. Jo. Mal die nicht anziehen mag, ja... ...Мh... hab ich..